Der wahre Gottesdienst Ich hasse eure Feste, ich verabscheue sie und kann eure Feiern nicht riechen. Wenn ihr mit Brandopfer da fühlt, ich habe sie mit anderen Landwirten verabschiedet. In eurem fetten Heilsopfer will ich nicht sehen. Weg mit dem Lernen deiner Tieder, dein Hafenspiel will ich nicht bewirken, sondern das Recht spröken wie Wasser, die Gerechtigkeit, die ein Niefersieben erbrachte. Habt ihr mir etwa Schlachtopfer und Gaben dargebracht, während der 40 Jahre in der Wüste? Ihr, voraus Israel, ihr werdet. Sag gut, als euren König vor euch hertragen müssen. Und den Geber, euren Sterben, Gott, eure Götter, die ihr euch selbst gemacht habt. Ich werde euch in die Gebiete jenseits von Damaskus verbanden, spricht der Herr. Gott, der Ehre, ist dein Name. Dank sei Gott. Dank sei Gott zu dir. Dank sei Gott. Kann Gott segnen, wenn wir nur zum Gottesdienst gehen? Oder kann Gott segnen, wenn wir regelmäßig Gottesdienst feiern? Amos 5, Abvers 21. Ein Blick erstmal zu Amos, ein Blick in seine Situation und dann Anwendung auch auf uns. Und zum Schluss werden wir wieder dahin kommen zu dem Wort Liebe. Amos, einer der ersten Schriftprophäte, lebte zwei Stunden entfernt von Bethlehem. Also Jerusalem, Bethlehem ist nicht weit entfernt, aber zwei Stunden in Dekor. Man schreibt etwa das Jahr 750 vor Christus. Obwohl er im Gebiet von Judah lebt, wird er von Gott in das Nordreich geschickt. Judah und Benjamin im Süden, das Südreich und im Norden, das themische Dämmegebiet im Norden. Anstatt in Jerusalem anzubieten, hatte man dort im Norden, in der Stadt Bethlehem, ein nationales Gegenheiligtum errichtet. Natürlich aus politischen Gründen. Der Grund, damit die Menschen zu den drei Hauptfesten, das war, das war das Fest, Pfingstfest und Laufendfest, nicht zu dem einzig wahren Heiligtum gingen, das war in Jerusalem, hatte man ein Gegenheiligtum im Norden errichtet. Dort feierte man dann wunderbare Gottesdienste. Denn wenn dies geschehen würde, würde der Nordkönig, nämlich Jerovian II. sein Volk an Jerusalem und den König Usia im Süden verlieren. Warum wurde Aros dahin gesandt? Wir haben es eben gehört. Der moralische Zustand des großen Volkes war auf dem untersten Stand angelangt und er sollte sie im Auftrag Gottes warnen. Der Tag des Herrn kommt. Es wird ein dunkler Tag werden. Alle, auch der König, sie werden alle weggeführt werden in Verbannung in den Norden, nämlich Richtung Asylien. Und der Grund für diese gerechten Strafen Gottes war ihr unmoralisches Leben. Sie liebten das Böse, sie liebten das Böse und hassten. Und das Gute, Aros sagt, darum will ich ihr, und darum, weil ihr die Arme unterdrückt und nehmt von ihnen hohe Abgaben am Korn, denn ich kenne eure Fäselgaben, die so viel sind und eure Sünden, die so groß sind, wie ihr die Gerechten bedrängt und Bestechungsgeld nehmt und die Arme im Tor unterdrückt. Darum muss der Kluge zu dieser Zeit schweigen, denn es ist Bösezeit. Sucht das Gute, nicht das Böse, auf das ihr reden könnt. So wird der Herr, der Gott siebe Ort, bei euch sein, wie ihr übt. Hasset das Böse und liebt das Gute. Richtet das Recht auf im Tor, im Gericht, im Bad Haus. Vielleicht wird der Herr, der Gott siebe Ort, doch gnädig sein, denen sie von Josef übrig bleiben. Bei all dem gingen sie auch noch regelmäßig um das falsche, selbsterdachte Heiligtum in Betel. Da hatten sie nämlich zwei Kälber, zwei goldene Kälber aufgestürzt. Das ist ein starker Gott. Sie feierten die drei großen religiösen Festtage, Pfingsten, Pfarrerfest, Laufbüttenfest, dort oben im Norden und auch noch zusätzliche Feiertage. Es war alles so schön. Nicht nur das, sie waren auch stolz auf ihren Gottesdienstchor mit Begleitinstrumenten. Und wie diese die Psalmengebete doch sangen, dieser Gottesdienstchor, da gab es nichts Besseres als in Betel. Doch Gott sagt, tu mir weg das Gebläht deiner Lieder und das Spiel deiner Psalter. Warum? Wir können nicht von erahnen. Weil Israel einen äußerlichen Gottesdienst feierte. Formell war er recht feierlich und gut. Sehr gut. Doch dieser Gottesdienst war im Inneren unecht. Es war ein Gottesdienst ohne Herz oder sagen wir ein Herzlober Gottesdienst. Ein heuchlerischer Gottesdienst. Ein Gottesdienst ohne geistlichen Inhalt. Ohne ethische, sittliche Grundlagen. Ohne ein geheiligtes Leben der Teilnehmer. Unheilige Teilnehmer nahmen an diesem schönen, hochgeschliffenen Gottesdienst teil. Diese Menschen dachten so. Wenn ich ein paar Mal im Jahr zum Gottesdienst gehe, dreimal im Jahr, ihr wisst, W.O.W. Christen, Weihnachten, Ostern. Und dann auch noch die schönen Lieder singen, die wir dann zu Ostern und zu Weihnachten singen. Dann stehe ich vor Gott doch ganz gut da. Dann werden wir auch die Sünden vergeben. Ich habe Anteil an der Zinkelung. Was soll denn da schon kommen? Gott hat ja seinem Volk versprochen. Wenn sie das Wichtigste einhalten und gut singen. Dann komme ich in Himmel und wer gerettet wird, wird schon noch alles gut werden. Denkt ihr nicht, auch viele Menschen heute noch zu uns in den Kirchen oder außerhalb der Kirche. Ich gehe ab und zu in den Gottesdienst. Und dann wird alles automatisch geregelt. Ich bin ja eingetragen worden bei der Taube oder bei der Konfirmation. Die Schillingsteuer ziehen sie mir auch noch automatisch ab. Das wird schon geregelt. Man nennt das auch. Und Gott wird mir ex opere operatio. Ex opere operatio. Gott wird mir automatisch das ewige Leben geben. Weil ich äußerlich mit dem Sakrament der Taufe oder Abendmahl, Kommunion in Berührung kam. Oder weil ich doch immer W.U.W. zur Kirche gehe Weihnachten. Wird Gott deshalb automatisch wegen Gottesdienstbesuch segnen? Bekommen sie deshalb ihren Bundessegen zugesprochen? Oder sollten wir fragen, ist dieser Segen vielleicht doch an der Richtung geknüpft? Wenn Gott ihm Vers 25 sagen lässt, habt ihr vom Hause Israel mir in der Wüste die 40 Jahre lang nur Schlagopfer und Speisopfer geopfert? Eigentlich ist dann die Antwort nein. Vielleicht doch. Denn nach kurzer Zeit hörte schon das Wasserfest, als sie aus Ägypten ausgezogen waren, hörte dieses Wasserfest in der Wüste auf. Erst als sie wieder ins gelobte Land zogen, wurden die Menschen beschlitten. Erst als sie ins gelobte Land zogen, da wurde wieder das Wasserfest gefeiert. Auch die allgemeinen Opfer nahmen immer mehr ab. Eigentlich müsste es im griechischen Sinn etwa so heißen, wie es auch die Gute Nachricht, an vielen Stellen auch mal die neue Gute Nachricht ganz gut ausdrückt, so wie es gemeint war. Habe ich von euch Israeliten während der 40 Wüstenjahre vielleicht Mahlopfer und Speisopfer verlangt, war das die Hauptsache, dass ich in den 40 Jahren Mahlopfer und Speisopfer verlangt habe. Auch da würden wir schon was raus, auf das Zentrale hin, auf das Inneren oder anders ausgedrückt. Habe ich nur diese Brandopfer verlangt? Nein! Haben sie dabei auch ein Herz mit geopfert in den 40 Jahren? Das ist die Frage. Habe ich nur Brandopfer verlangt? Nein! Auch das Herz soll nicht geopfert werden. Wenn alle jene Opfer aber herzlose Opfer waren, dann will diese Gott überhaupt nicht haben. Gott will keine herzlosen Opfer, nur unsere Opfer. Denn schon der Prophet Micha sagt, worauf es zentral ankommt, Micha 6, Vers 8. Eins, glaube ich, du hast den Sitzung. Es gibt gesagt, Mensch, was gut ist. Und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort. Halte und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Danke, Herr Gott. Was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Versuche das mal. Was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das ist dann zentral. Aber genau dies taten jene Israeliten in dem zähen Stämmegebiet im Norden nicht und später auch nicht im Süden. Sie hielten nicht Gottes Wort. Sie übten nicht Liebe. Sie unterdrückten ihre Mitmenschen, nutzten sie aus. Sie waren nicht demütig für ihren Gott. Der Rümmerte spricht davon, dass wir geistliche Opfer bringen sollen oder auch folgerichtige Opfer. Nämlich, dass wir unsere Leiber zum lebendigen Opfer aufstellen. Das haben wir ja auch gehört in Kapitel 13. Wenn wir unsere Leiber fern lassen würden, hätten nicht die Liebe Gottes. Es geht also um unseren Alltagsgottesdienst. Gebt eure Leiber zum lebendigen Gottesdienst. Auf den Alltagsgottesdienst kommt es doch an, nachdem wir sonntags hinausgehen und haben uns verabschiedet. Von Montag bis Samstag, da geht der Gottesdienst weiter, bedenke ich oft nicht daran. Deshalb sagt der Jakobusbrief, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott im Vater ist der, die Weisen und Mitwinn in ihrer Trübsal besuchen. Und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Heiliger im eigenen Leben, in der Welt unbefleckt halten. Die letzte Predigt aus 1. Korinther 9 Wer auf das Ziel zugeht, der enthält sich alles Dinge, oder wie heißt es, aller Dinge, die ihm schaden, auf dieses Ziel zuzulaufen. In der Wettbahn, im Wettkampf, beim Boxen und so weiter. Man enthält sich, um dieses Ziel zu erreichen. Es ist gut, wenn wir es hören, aber wenn wir uns dann auch in der Woche davon enthalten und in der Woche das Heiligungsleben anstrengen. Und das einmal. Worin besteht der wirkliche Gottesdienst? Wirklichen und Weisen in der Woche besuchen. Der wahre Gottesdienst äußert sich nicht im Hören oder Singen. Auch nicht an erster Stelle im Bibellesen, sondern im Tun. Im Alltagsgottesdienst. Der Alltagsgottesdienst ist der Gottesdienst der Hände und der Herzen. Der Alltagsgottesdienst ist der Glück und der Hände und der Herzen. Wovon sprechen wir hier? Der wirkliche Gottesdienst geschieht also im Alltag. Der äußere und formelle Gottesdienst ist zwar wichtig, aber nur gültig, wenn er in ethischen oder sinnlichen Handlungen in die alltägliche Praxis umgesetzt wird. Durch die Praxis wird der Gottesdienst bestätigt oder ist eine Einheit. Die Grundlage nun für allen Gottesdienst liegt aber am Zinari. Dort gab Gott durch Moses sein Gesetz. Die zehn Gebote. Als erstes hat Gott das Gesetz gegeben. Das Gesetz war in der Bundeslade. Die Engel Gottes, die Wächter standen darüber und warten. Erst danach, nachdem die zehn Gebote gegeben wurden, wurde im Bundeslade, das Bundeszelt, der Bundesvertrag, der Gottesdienst gegeben. Zuerst war das Gesetz und dann kam der Gottesdienst. Und wir sehen, das gehört hier einfach zusammen. Denn Gott gab durch Moses sein Gesetz, seinen guten Willen an sein Volk. Sie sollten ihm gehorsam leisten und nach diesem Gesetz auch in Heiligkeit leben. Der Sinai-Kodex ist die Grundlage für das sittliche Verhalten des Volkes Gottes und jedes Einzelnen. Die zehn Gebote gelten für die Gläubigen wie für die Ungläubigen, sagt die Schrift und auch zum Teil der Glaube im 39 Artikel. Deshalb liegen auch die zehn Gebote im Zentrum der Stiftshütte, in der Bundeslade, im Gottesdienst. An das Tun waren die Segnungen geknüpft, nicht aus das Hören. Die Segnungen waren nicht aus Hören geknüpft, sondern aus Tun. Wenn sie gehorsam sind, würde sie Gott mit allen Segen des Himmels segnen. Dann erst gab Gott seinem Volk die Gottesdienst, die Pläne für sein Heiligtum, die Stiftung, den Händen, seine Opfer, seine Feste, seine Lieder. Römer 9,2 sagt, welche die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Hund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißung. Für Israel gehören Gesetz und Gottesdienst zusammen. Gesetz und Gottesdienst und die Verheißung. In einer Linie. Gott kann aber nur dann segnen, wenn sein Volk nach seinem geoffenbarten Willen auch lebt. Von daher sein Gottesdienst feiert. Von Willen Gottes her den Gottesdienst feiert. Da bei Israel im Norden nicht Gotteswillen tat, nicht gerecht lebte, noch seine Bürger recht danach lebten, hatte Gott ihren feierlichen Gottesdienst zu erlauben. Das war schön im Sinn. Das war wirklich gut. Das war aber die Berge erleben, weil das Herz nicht dahinter stand und das Leben. Deshalb auch wenn wir unser Handeln, unsere Ethik, wenn das nicht übereinstimmt, nützen weder die biblischen Gottesdienste. Selbst bei uns nicht. Selbst bei der besten Abendmahlschwitzung bin ich. Selbst bei der besten Ordination nützt dieser Gottesdienst nichts. Noch die längsten und persönlichen Bibel- und Gebetszeiten nützen nichts. Ohne Gottesdienst, ohne Kreuz in Zentrum, ohne christliches Bekenntnis, ohne Hören auf die Predigt, ist nichts anderes als eine schöne humanistische und atheistische Religion. Denn ohne Kreuz und ohne die Festzeichen um das Kreuz und das Festhalten an dem, was die Apostel uns gesagt haben, können diese Menschen nicht zur Kirche Christi gehören. Es gibt Humanisten, die sind viel besser als Christen in der Verhandlung über das Nächste. Aber wenn sie nicht zum Kreuz, das der Schrift verblieben unter den wichtigen Festzeichen des christlichen Jahres gehören, dann können sie keine Christen sein. Denn nur durch die Kirche Christi und seine Diener kam das Heil zu den Fernen. Und nur diese Kirche Christi wird das Heil den Menschen nahe bringen. Und dort wird das Heil auch bewahrt und auch das Heil mitgewiesen. Das Heil wird nicht in der Natur und im Wald bewahrt. Das Heil wird durch das Wort Gottes und seine berufenden Diener in der Kirche geführt. So wollen wir festhalten, die äußere Form des Gottesdienstes muss mit der inneren, sittlichen Herzenshaltung übereinstimmen. Gott wird alle brugvollen Gottesdienste verwerfen, wenn sie nicht im Alltagsgehorsam gegründet sind. Wenn sie nicht für Gottes Willen gegründet sind. Es nützt nichts, regelmäßig zu Weihnachten und zu Ostern im Gottesdienst zu erscheinen oder auch mal zum Abendmahl zu gehen, wenn ich selbst im Unrecht lebe. Wenn ich Unrecht tue, wenn ich mich nicht an den Willen Gottes halte, dann ist nichts, weh, weh, Christ zu sein oder am Abendmahl zu nehmen. Das ist unser Leben, Gott ein, teuer mit EU heute beschrieben, früher mit EU beschrieben. Aber das Gleiche bedeutet es. Gott will beides. Gottesdienst als Feier dessen, was man glaubt und Gottesdienst im Alltag, was man praktiziert. Und dazu möchte ich uns aufrufen und nicht aufrufen und gegen den Einzelnen. So will er seinen Segen geben. Er will durch unser Leben Gerechtigkeit und Recht entstehen lassen. In der Gesellschaft, auch auf dem Markt, nicht nur im Lebensmittelhandel, sondern auch heute in der gesamten Marktwirtschaft. Eine Partei spricht jetzt ganz besonders über soziale Gerechtigkeit. Wollen wir das an der Liebe einfach prüfen? Da soll es keine Doppel-Einkünfte geben für Politiker. Da sollen solche, die 11 Millionen bekommen im Jahr, vielleicht nur die Hälfte bekommen oder rübergestuft werden. Das ist auch soziale Gerechtigkeit. Keine Schiedsrichter und Lobingsbetrüge soll es geben. Aber auch kein Leben auf Kosten anderer, sondern ein gerechtes Auskommen für alle und fleißige Arbeit für alle. Soziale Gerechtigkeit und persönliche Moral soll aber alle Aspekte und Beziehungen unseres Lebens durchdringen. Was tat Hiob? Hiob hat gesagt, wenn ich einen Armin gesehen habe, habe ich ihn begleitet. Wenn er nichts zu essen hatte, habe ich ihn gegeben. Zeigt mir einen, dem ich nicht geholfen habe mit meinem Reichtum. Das gehört auch dazu, auch wenn wir weniger haben, denen die nicht rumkommen. Am besten durch die Kirche wird die Gemeinde Hilfe geben. Und das Grundmotiv dafür muss die Liebe sein, die Liebe zu Gott und den Mitmenschen. Wir lesen das immer am Abend, Gott ist hier. Du sollst Gott lieben, deinen Herzen, und deinen Herzen. Und deine Nächsten wie dich selbst. Liebe zu Gott steht am Ersten, die Liebe zu dem Nächsten am Zweiten. Und das Dritte in der Balance ist erst die Liebe zu dir selbst. Wenn Evangelisten verkünden, du musst dich erst selbst lieben, ist das Irrlehrer. Jeder Evangelist, der das im Fernsehen oder sonst wie sagt, du musst dich erst selbst zu lieben lernen. Es geht nur, wenn wir die Liebe Gottes erste Gründer verpassen, erkennen die Liebe, die er hat. Er hat uns zuerst geliebt und diese Liebe will dich erbärmen und du dann den Nächsten und dann selbst diese Liebe weiter tragen. Liebe zu Gott und den Mitmenschen, denn ohne die Liebe ist jeder Gottesdienst und jede Tat nichts zu tun.